Vokabelduschen japanisch Hallo und herzlich willkommen zu den japanischen Vokabelduschen von Yiki. Diese zwölf Kapitel mit einer Länge zwischen 5 und 10 Minuten sind vollgepackt mit nützlichen Vokabeln und den wichtigsten Redewendungen, damit du perfekt auf deinen ersten Aufenthalt in Japan vorbereitet bist. In den ersten drei Kapiteln lernst du alles, was du für einen gelungenen Start benötigst. Wir beginnen mit dem Wortschatz zum Kennenlernen und helfen dir bei deiner ersten Bestellung im Café oder Restaurant. Die ersten drei Kapitel eignen sich also auch perfekt, wenn du schon morgen in Japan landest. Es folgen die Themen Nahrungsmittel, Gegenstände rund ums Haus, Familie und Feiern, Monate und Tage, Jahreszeiten und Wetter und die Zahlen. In den letzten beiden Kapiteln lernst du anhand mehrerer Beispiele, was es mit den Endungen bei Verben, Adjektiven und Substantiven auf sich hat. Du kannst dir einfach das raussuchen, was für dich gerade interessant ist und brauchst dich nicht an die Reihenfolge der Kapitel zu halten. Es beginnt mit der Vokabeldusche 1, erste Begegnung. Am besten lässt du dich einfach wie bei einer echten Dusche von den Wörtern und Sätzen berieseln, ohne etwas festhalten zu wollen. Es geht los. Konnichiwa. Guten Tag. Konnichiwa. Sumimasen. Entschuldigen Sie. Sumimasen. Anata wa donata desu ka? Wer sind Sie? Anata wa donata desu ka? Kai desu. Ich bin Kai. Kai desu. Miyu desu. Ich bin Miu. Miu desu. Watashi wa Kai desu. Ich bin Kai. Watashi wa Kai desu. Watashi wa Miu desu. Ich bin Miu. Watashi wa Miu desu. Haji me masite. Ich freu mich, Sie kennen zu lernen. Ich freu mich, Sie kennen zu lernen. Hajime masite. Maija san. Herr Mayer, Frau Mayer. Maija san. Doitsu. Deutschland. Doitsu. Doitsu. Deutsche. 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 Doitsu jin. Watashi wa Doitsujin desu. Ich bin Deutscher. Watashi wa Doitsujin desu. Niihon. Japan. Nihon Nihonjin Japaner, Japanerin Nihonjin Watashi wa Nihonjin des Ich bin Japanerin Watashi wa Nihonjin des Fransu Frankreich Fransu Franzose, Französin Amerika Amerika Amerikajin Amerikaner, Amerikanerin Amerikajin Igilis England Ingilis Ingilisjin Engländer, Engländerin Ingilisjin Anata wa Sie sind, du bist Anata wa Anata wa Doitsijin des Sie sind Deutscher Anata wa Doitsijin des Anata wa Doitsijin des Sind sie Deutscher? Anata wa Doitsijin des Sie sind Japanerin Anata wa Nihonjin des Anata wa Nihonjin des Sind sie Japanerin? Anata wa Nihonjin des Ka? Anata wa Miyu san des Ka? Sind sie Miyu? Anata wa Miyu san des Ka? Ohajou gozaimasu Guten Morgen Ohajou gozaimasu Ogenki desu ka? Wie geht es Ihnen? Ogenki desu ka? Genki desu Mir geht es gut Genki desu Joku nemuremashita ka? Haben Sie gut geschlafen? Joku nemuremashita ka? Joku nemuremashita Ich habe gut geschlafen Joku nemuremashita Hai Ja Hai Iiee Nein Kare wa Kare wa Dari desu ka? Wer ist er? Kare wa Dari desu ka? Kare wa Müller-san desu Er ist Herr Müller Kare wa Kare wa Müller-san desu ka? Ist er Herr Müller? Kare wa Müller-san desu ka? Ja, er ist Herr Müller. Nein, er ist nicht Herr Müller. Nein, er ist Herr Müller. O hallo gozaimasu. Guten Morgen. O hallo gozaimasu. O hallo. Morgen. O hallo. Konbanwa. Guten Abend. Konbanwa. O jasumi. Gute Nacht. O jasumi. O jasminasai. Schlafen Sie gut. O jasminasai. O jas planeta. U jasminasai. O jasminasai. O jasminasai. O jasminasai. Untertitelung des ZDF, 2020